Wir saßen da am Tisch und irgendeiner aus dem Dorf hatte Geburtstag und hatte eine Frau da. Also er hatte seine Freundin da, dieser Typ, es war so ein älterer Mann, seine Freundin war bestimmt auch schon so um die 38, 40. Und sie kannte Brad noch nicht so persönlich und sie hat dann Brad gesehen und hat gesagt so Oh Brad, so you're doing this radical honesty thing, so can you give me like an example of it? Und er guckt sie einfach nur so an und sagt, well, I think you have nice tits. Und ich dachte nur so, ja, hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst, worum es geht bei der Sache. Ja, ja, ja. Ja, ja. Namaste. Namaste, Bitch. Können wir loslegen? Alles klar, Namaste, Bitch. Heute mit meinem langjährigen Bro, Ayahuasca-Shamane, Radical honesty-Trainer sowie Hooligan, Marvin Schulz. Schön, dass du hier bist, Alter. Finde die zwei von drei Sachen, die nicht wahr sind. Ja, danke für die Einladung, mein Freund. Cool, dass du es hierher geschafft hast. Ja. Du warst ja jetzt gerade erst weg in Kolumbien. Ja. Und hast da... Gechillt im Regenwald. Gechillt im Regenwald. Bei den Indigenen, so wie ich das verstanden habe. Ja. Kann man die Indigenen nennen, diese Leute da, wo du da warst? So halbwegs Indigenen. Waren Locals. Waren Locals, ja. Das waren halt lokale kolumbianische Menschen. Ja. Lokale kolumbianische Menschen. Voll authentisch. Und ich habe das Gefühl, es hat dir sehr gut getan. Du strahlst eine sehr heftige Ruhe aus. Also für alle, die nicht wissen, worüber wir gerade reden. Marvin hat dort scheinbar unter anderem auch Ayahuasca-Zeremonien gemacht. Ja. Und nicht, ist nicht das erste Mal für mich. Ja. Ich war jetzt das vierte Mal genau an dem Ort. Und ich probiere es so einmal im Jahr irgendwie einzubringen, dass ich für zwei Wochen da hinkomme. Mhm. Und ja, ist sehr schön. Also gar nicht nur wegen Ayahuasca, sondern auch wegen der Natur an sich. Du kannst halt noch das Wasser vom Fluss trinken. Aha. Gutes Essen, gute Natur, viel Tiere, einfach Ruhe. Wenn das so die Frequenz wieder einrichtet auf der Frequenz des Guten im Körper und des Herzens. Und kannst du es halten? Weil ich finde es schön, dass du das sagst. Und irgendwie in mir ist direkt so ein Teil, der sich denkt, schon wieder sitze ich mit so einem, also nicht bei dir, aber oft, wenn ich mit jemandem über sowas rede, über so Psychedelika, denke ich, oh, schon wieder irgendein Psychedelika-Gespräch, wo wieder jeder darüber berichtet, wie positiv und toll das doch alles ist. Und dann schaffen sie es nicht, ihr Zimmer aufzuräumen und die Kotze aus ihrem Kühlschrank wegzumachen, weißt du? Aber ich weiß ja, dass es bei dir nicht so ist. Nee. Und du schaffst es so, dass für dich so, du sagst, okay, du bist dann so in Tune mit der Natur und wieder auf dieser Frequenz des Guten, so wie du es gerade gesagt hast, und kannst es halten? Die ersten Male, als ich da war, habe ich es gar nicht gecheckt, so, dass es auch danach irgendwie Arbeit bedarf. Das passt vielleicht ganz gut mit unserem späteren Thema von Radical Honesty, wo wir, denke ich, drüber reden. Aber jetzt, wenn ich diese Erfahrung mache, dann ist für mich einer der größten Teile, das danach irgendwie zu integrieren. Also ich versuche, Gitarrespielen besser zu werden, meditieren, Journaling. Ja, das heißt nicht, dass ich immer auf der gleichen Erfahrung bin, aber das brauche ich ja auch nicht. Genau. Für mich geht es, ist der Weg mit der Pflanzenmedizin, genau wie der Weg des Buddhismus und eigentlich alle spirituellen Wege, immer Herzöffnung und es irgendwie schaffen, so gut es geht, in der Liebe zu bleiben und so gut es geht, in der Offenheit zu bleiben. Aber das einfach nur, das an Substanzen outzusourcen und zu sagen, heil mich mal, das bringt natürlich nichts. Du weißt es. Und würdest du, ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass es in der Richtung von den Yogis und so, also besonders die Leute, die wirklich komplett ohne Substanzen arbeiten, dass sie oft dem Gegenüber sehr kritisch dastehen, dass sie so sagen, so naja, du überforderst dein System oder du machst damit eine Erfahrung, die du normalerweise nicht machen könntest und jede Erfahrung hat so ihren Preis irgendwie. Und das war für mich jetzt so im Nachhinein, wenn ich jetzt gucke, wenn ich mir diesen exzessiven Ayahuasca- und Psychedelika-Konsum, den ich so über die Jahre hatte, wenn ich mir den anschaue, muss ich sagen, ich glaube am Ende des Tages, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist vielleicht immer noch die Perspektive, in der ich jetzt gerade bin, aber so am Ende des Tages denke ich mir manchmal, Alter, ich habe draufgezahlt, denke ich mir manchmal. Und das kannst du für dich aber nicht so sagen. Ich kann es für mich nicht so sagen. Ich weiß ja von dir, du warst, glaube ich, ein ganzes Jahr dort vor Ort. Sieben Monate. Also für mich, was ich mir, glaube ich, damit sehr helfe, ist, dass ich halt zwei Wochen da bin, dann meistens irgendwie in Costa Rica bleibe auf einem Workshop, den ich selber gebe oder nach Hause komme und dann mit Integrationsarbeit mache. Ui, Namaste, Bitch. Kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support. Und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesosterische Desinformation auch weitergehen kann. Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein. Kannst du in der Videobeschreibung nachlesen. Und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung. Und jetzt gönn dir weiterhin die Folge. Ja, und also es ist wirklich interessant. Am Anfang dachte ich bei den, ich will Ayahuasca gar nicht so als Psychedelika nennen. Man kann es zwar so klassifizieren, aber es ist ja für die wie Medizin, Herzensmedizin, spirituelle Medizin. Am Anfang dachte ich, es geht um die Visionen und Bilder und so und so. Und eigentlich schenke ich jetzt immer mehr. Das ist alles Teil vom reinigen Prozess. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Visionen habe, aber die Visionen sind Teil des Prozesses, dass da irgendwas im Körper ist, vielleicht irgendeine Frequenz, irgendeine Negativität, irgendein schlechtes Essen, was noch drin hängt und das dann rauskommt. Also für mich ist das immer wie eine Reinigung so. Und jetzt bin ich auch an dem Yogi-Punkt, wo ich mich auch frage, okay, im Endeffekt, der, der ich eigentlich bin, ist ja nicht von der Erfahrung abhängig, dass ich irgendwelche Substanzen konsumiere. Das heißt, der Kern des Wesens ist ja immer gleich. Jetzt frage ich mich auch, okay, ist es notwendig, da noch mehr mitzumachen? Ja. Wenn dann nur, weil ich die Leute so gerne mag, unter Gitarre spielen kann und am Lagerfeuer sitze nachts, weißt du. Ja, genau. Ich würde mir halt wünschen, dass ich langfristig auch in diese Energie reinkomme. Halt einfach so, weißt du, was ich meine? Und ich merke immer wieder, obwohl ich so oft irgendwie, manchmal denke ich mir alle, was habe ich all die Jahre gemacht? Ich denke mir oft so, ich habe so viel gemacht und rein theopraktisch weiß ich so viel. Rein theoretisch könnte ich schon, ich habe alles gesehen, ich habe alles verstanden. Und dann wache ich aber auf und fuck mich erst mal ab. Und dann denke ich mir so, ey Bro, was habe ich eigentlich all die Jahre, habe ich irgendwas gecheckt? So, ich meine, ich habe schon, natürlich, ich kriege viel mehr auf die Reihe als früher, ja. Ich meine, man sieht das hier an der Brickwall, ja, ich habe es geschafft quasi. Aber, aber, du weißt, was ich meine? Am Ende des Tages fuck ich mich über banale Sachen ab, raste aus, wenn im Verkehr irgendwas nicht klappt, ja. Wenn, wenn, weißt du, wenn ich nicht komme oder so, nee, also jetzt im Autoverkehr. Und kleinen Sex-Jock untergemischt und irgendwie, ich, so, und dann, und dann, weiß ich nicht, frage ich mich manchmal, ja, wie viel habe ich verstanden von all diesen Sachen, die ich erfahren habe? Von den Sachen, die ich erlebt habe, so. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall etwas, ja. Ja, aber, da ist noch immer noch sehr viel Integrationsarbeit zu tun. Ja. Ja, Bro, du bist schon noch am Arsch, Alter. Die Frage ist halt, wie sehr du dich dann damit identifizierst, dass, wenn du einen Ausraster hast, dass du dich dann da richtig dranhängst und glaubst, das war schlimm und dann da richtig drauf einsteigst, dass es nicht sein sollte. Oder dass auch mit Liebe siehst, okay, ich bin gerade ausgerastet, passiert halt, wir sind alle Menschen. Ja, ob du aber in diesen ganzen Prozessen, dass halt Shit happens, einen stillen Ort hast. Ja, Mann, aber genau das, aber genau da liegt die Krux. Ich merke, den habe ich oft nicht. Ich merke, ich bin oft so, ey, das klingt jetzt richtig psychopathisch, glaube ich, ich bin oft komplett im Widerstein mit dem gesamten Sein. Ey, ich nehme mich gerade vor, das zu sagen, weil ich denke mir, ich müsste viel weiter sein eigentlich. Und irgendwie oft bin ich es nicht. Ja. Ja. Und du wirkst irgendwie immer voll fluffig, wenn ich dich treffe. Du wirkst immer wie so Butter einfach so. Wie so, als wärst du so ein energetischer Breakdancer. Das Leben wirft was auf dich und du atmest einfach kurz ein und dann fließt es einfach nur durch. Ja, danke, dass du das sagst. Ich versuche jetzt gerade, wenn ich dich das Sagen höre, geht mein Verstand sofort los und versucht Gegenbeweise zu finden, um direkt zu sagen, oh, da ist aber auch noch Arbeit und so. Ja, aber das ist ja immer so, Arbeit hast du immer. Ja. Aber ich mag, was du gesagt hast, weil so trotzdem diesen Punkt zu finden, halt im normalen Alltag, weil im Endeffekt, ich glaube, dass diese ganzen Wege, die es halt gibt, spirituellen Fortschritt zu machen, eigentlich, die können ja logisch gesehen nicht von einem Ort abhängig sein, nicht von einem Menschen abhängig sein, nicht von einer Medizin abhängig sein. Das kann ja eigentlich nur hier und jetzt durch Reinheit des Geistes, was ich damit meine, ist, dass du nicht so krass in jedem, ich will das, ich muss noch mehr schaffen einsteigst, aber eigentlich nur hier. Das heißt nicht, dass ich da immer bin. Ich schiebe auch noch Filme, dass ich mehr hiervon brauche, weniger davon und das nur noch heilen muss. Und im Endeffekt ist es ja immer eine Sache, die du jetzt, egal wo du bist, irgendwie, sonst macht es ja keinen Sinn. Es kann ja nicht abhängig sein von Ort und Zeit, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, aber oft habe ich schon das Gefühl, es gibt zum Beispiel gewisse Umstände oder Orte oder Personen, wo ich viel einfacher in den Zustand des Akzeptierens und mal sozusagen reinkomme. Weißt du, was ich meine? Nein, zum Beispiel genau bei Joe Dispenza kennst du ja, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn sich viele Leute treffen, die die gleiche Sache machen, die irgendwie sich gemeinsam für die gleiche Meditation treffen oder selbst die Sport gemeinsam machen, ja? Eigentlich egal was. Oder die gemeinsam musizieren, ja? Wenn du zu einer Band gehst oder so, ne? Und oft passiert dann halt so ein Synergieeffekt, ja? Das heißt, auf der einen Seite stimme ich dir zu, es gibt so diesen, eigentlich ist jeder für sich selbst verantwortlich und eigentlich ist jeder, glaube ich, verantwortlich, diesen Space, wo man seine Mitte hat, seine Ruhe, seine Kraft, seine Power, seine Klarheit. Jeder muss die in sich finden, weil die ist ja nur in uns. Das ist ja logisch. Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt so Environments, die das noch mehr herausholen oder die das noch zugänglicher machen als andere, ja? Wenn du jetzt in irgendeinem Crackhaus bist, ja, wo irgendwie so eine Mutti mit vollgeschissenen Hosen irgendwie rumläuft und irgendwie ausrastet und dann ist es natürlich schwieriger, jetzt so seinen tiefen Frieden zu finden als, weiß nicht, in einem anderen Crackhaus, wo die vielleicht keine vollgeschissenen Hose haben. Hast du dazu irgendwas zu sagen oder kannst du das einfach nur abnicken? Ja, ich überlege gerade. Also ich stelle mir schon vor, dass so Erfahrungen, wenn ich mit vielen irgendwie Mantras singe, dass das halt mehr macht, weil mehr Energie da ist. Einfach mehr Menschen im Raum, da ist so mehr los. Ja. Aber im Endeffekt, ich glaube so, die wirklich Kunst ist, und das heißt auch nicht, dass ich das immer mache, ist genau bei den schwierigen Dingen, die genauso zu lieben, wie die Leute, die das Mantra singen. Ja, und da halt nicht abzudriffen in sich verurteilt die, sondern wie kann ich, auch wenn das passiert im Verstand, wie kann ich sehen, okay, das ist trotzdem, jetzt gerade bin ich mit der Person hier, ja? Und wir sind jetzt das, was passiert. Richtig. Oder ich bin gerade alleine. Und trotzdem stimme ich dir zu. Ich meine, ich glaube schon, dass Umgebungen, wo viele Menschen das fokussiert gleich machen, das halt einen anderen Effekt hat. Vor allem in der Anfangsphase, um diesen Ort vielleicht zu zementieren, oder? Ja, ja. Schwer zu sagen. Ich weiß es auch nicht so genau. Was machst du denn, um immer wieder da reinzukommen? Im Moment, Schillig, ich habe eine Hängematte in Kolumbien gekauft. Also Leute, wir haben die Antwort gefunden. Jahrelange Erleuchtungstrainings und Seminare. Kaufe dir eine Hängematte einfach. Kaufe dir eine Hängematte in Bogotá, ich kann dir sagen, wo der Laden ist, und häng dir die vorne am Bett auf und leg dich da rein nach dem Aufstehen. Okay. Alles klar. Nein, Spaß beiseite. Namastewitsch, wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Vielen Dank, Marvin Schulz. Das war's. Im Moment so wirklich viel Gitarre spielen. Aber so halt, wie es einfach fließt, Gitarre spielen, singen, Meditation, Yoga. Aber jetzt nicht so hardcore strukturiert mäßig, sondern dass ich jetzt hinsetzen muss und das Kissen, sondern einfach wirklich mir das, ja, mich dran erinnern, so mich immer wieder dran zurückerinnern, so wer ich eigentlich bin an den Ort. Ich lese gerade ein paar Bücher, die in die Richtung gehen, schreibe von Hand und ich habe ja auch Glück, ich mache ja selber Workshops und Retreats, weil eigentlich gar nicht im Bereich, den ich jetzt spirituelle Arbeit nennen würde und doch irgendwie hat es schon damit zu tun. Du meinst Radical Honesty. Radical Honesty, ganz konkret, ja, im Moment. Und ich glaube, dass so diese Workshop-Spaces mir auch dabei helfen. Ja, radikale Ehrlichkeits-Workshops, ich glaube, das Thema hatten wir jetzt schon öfter, auch in dem Podcast. Ich hatte ja schon Christoph Fink hier. Ja, Christoph. Genau, auch sehr extremer Verfechter der ganzen Sache. Wenn ich an Christoph denke, ich würde den immer mit extrem beschreiben, irgendwie. Und ja, du praktizierst das auch sehr intensiv, aber ich finde, bei dir ist es dieses radikale Ehrlichkeits, es wirkt nicht so radikal, sondern bei dir wirkt es eher so sehr entspannt, integriert, ja, und sehr, bei Christoph auch mittlerweile. Früher war er, finde ich, aber hey, Christoph, früher war er sehr extrem, mittlerweile, finde ich, fühlt sich es bei ihm auch sehr organisch an. Und das finde ich schön zu sehen. Ich habe das Gefühl, du bist einfach jemand, der sehr authentisch ist, sehr ehrlich und einfach immer einfach nur so sehr ruhig berichtet, okay, was geht gerade durch meinen Körper, was geht gerade durch meinen Kopf. Und das ist irgendwie auch ein supergeiler Weg, irgendwie einfach so um Anker einfach ins Hier und Jetzt zu werfen. Ja, und das Krasse ist so, hätten wir da vor neun Jahren drüber geredet, dann hättest du das Gleiche nicht behauptet. Weil ich, ich stelle mir vor, dass ich, um da hinzukommen, ja, dass ich das eher ruhiger betrachte, dass ich halt wirklich durch diesen extremen Radical Honesty or Die und ich muss alles sagen, was ich denke und ich muss das machen und im Supermarkt muss ich das in der Kasse machen und so halt wirklich extrem reingegangen bin, und was ich nicht sage, dass man das machen muss, nur ich hab's halt wirklich extrem gemacht und jetzt hab ich wirklich eine andere, ja, integrierte Art und Weise, damit umzugehen, als wenn das auf einer tieferen Ebene angekommen wäre. Ja. Radical Honesty. Ja, so eine entspannte, so eine komplett entspannte Art. Ich hab das bei, ich hab ja auch bei Brad, du hast auch bei Brad Blenden gewohnt, ne? Ja, ja, ja. Also wir, ich und Marvin, wir haben beide, also wir waren jetzt nicht gleichzeitig dort bei Brad, aber wir haben beide bei Brad Blenden gewohnt und Brad Blenden ist im Endeffekt der Erfinder von Radical Honesty oder der... Der, der uns von verschiedenen Orten zusammengeklaut hat. Richtig, genau. Und googelt einfach mal Brad Blenden, es gibt auch einen TED-Talk von ihm und ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich bei Brad war und wir waren irgendwie auf einer Party im Dorf, in diesem Dorf, wo er gewohnt hat und wir saßen da am Tisch und irgendeiner aus dem Dorf hatte Geburtstag und hatte eine Frau da, also er hatte seine Freundin da, dieser Typ, es war so ein älterer Mann, seine Freundin war bestimmt auch schon so um die 38, 40. Und sie kannte Brad noch nicht so persönlich und sie hat dann Brad gesehen, hat gesagt so, oh Brad, so you're doing this radical honesty thing, so can you give me like an example of it? und er guckt sich einfach nur so an und sagt, wow, I think you have nice tits. Und ich dachte mir so, ja, hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst, worum es geht bei der Sache. Ja, ja, ja. Ja. Und das ist das, was du auf den Workshops auch lernst. Also, ja, wir bleiben nicht auf der I think you have nice tits Ebene stehen und wenn das eine Sache ist, die jemand... You also have a very nice vagina. Genau. Also es geht auch weiter, ja. Es ist halt wichtig, wenn halt jemand sowas oft denkt und sich niemals traut, das zu sagen und jedes Mal, wenn die Erfahrung kommt, die wegdrängen will, dass du dann mal sagen, probier doch mal echt einmal, das zu sagen, guck mal, wie viel Energie du sonst brauchst, um das zu vermeiden, was du eigentlich sagen willst. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich Leuten vorschlagen würde, rumzugehen und einfach nur noch jeden Gedanken über jeden Körper auszudrücken, weil das auch wieder eine Kontrolle sein kann, um eben, ja, an der Oberfläche zu bleiben. Ja. Aber ich mag Brad sehr, also ich, wir waren ja bei, wir haben uns ja kennengelernt auf dem Workshop von Brad in Denver. Ja. Ja. Das ist auch lange her, sieben, acht Jahre oder so, ne? Ja, ewig. Und, was du gerade gesagt hast, fand ich nochmal spannend, dieses, dass man dieses, also oft habe ich das Gefühl, man ist erst in so Extremen drin. Ja. Also erstmal, du hast noch nie mit radikaler Ehrlichkeit zum Beispiel was zu tun gehabt. Ja. Und dann gehst du rein und vorher, bevor du das gemacht hast, bevor du dich mit dem Thema radikale Ehrlichkeit zum Beispiel beschäftigt hast, warst du so ein Typ, der alles zurückgehalten hat oder 90 Prozent. Irgendwie hast du nie so gesagt, was dir durch den Kopf geht, ja. Und dann machst du Radical Honesty und du bist erstmal so in diesem kompletten Nazi-Film, so okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt jeder, ich muss jetzt erstmal zu allen 4000 Leuten in diesem Freibad gehen und jede Speckfalte in ihr Gesicht beurteilen, weißt du, was ich meine? und einfach so dieses komplett absurde, unrealistische Ding durchziehen und dann irgendwann pendelt sich das ein und plötzlich hat man irgendwann so eine, okay, ich glaube, ich weiß so langsam, wo es Sinn macht, etwas auszudrücken und wo nicht, weil dieses radikale, immer alles ehrlich, was einem durch den Kopf geht, ein Hinklatschen ist, wie du sagst, auch eine Vermeidung, ne? Absolut. Das ist voll die Vermeidung. Ich habe halt auch gemerkt, ich habe oft Sachen gesagt, weil ich nervös war und mich nicht wohl gefühlt hat und ich dachte, oh, ich bin jetzt einfach voll ehrlich, dann ist das weg, weil dann bin ich der krasse Ehrliche und dann kann ich das so weg, weg, radical, honest, Tyson, das Gefühl, weißt du? Nee, kannst du nicht. Und geht einfach nicht. Da ist nämlich genau die Gefahr ist davon, wenn du auf dieser Oberfläche nur bleibst, ja, dass du halt diesen ganzen Sachen dadurch viel mehr Kraft gibst und halt nicht auf eine andere, entspanntere Ebene kommst. Das heißt, wenn du nur in den Urteilen rumhängst, dann bist du ja nicht ganz gegroundet im Sein so, wenn du denkst, dass das alles mega wichtig ist. Ja. Ja, also. Ja, mir ist auch tatsächlich, ich habe das Gefühl, je länger ich radical, honest die mache, desto weniger radikal ehrlicher bin ich auch geworden. Ich meine, der interessante Punkt für Menschen, die es halt noch nie gehört haben, ist mir wichtig, kurz zu sagen, was das Wort radikal heißt, weil ich stelle mir vor, dass vor allen Dingen in unserem Sprachkontext, im Deutschen, radikal sehr oft falsch verstanden wird, mit irgendwie brutal oder krass oder extrem, aber eigentlich heißt es ja an der Quelle, so was ist denn jetzt gerade eigentlich wahr. Und relativ oft, wie du das gesagt hast, ist halt hinter diesen Speckfalte, ist oft Angst vor Kontakt. Dass wenn ich oft anfange zu urteilen, habe ich gerade Angst. oder dass irgendwas anderes angetriggert ist. Und wenn ich dann halt nur berichte, jetzt gerade denke ich, dein Auge ist nicht schön, was sagt das denn über dich? Was ist denn der verletzliche Punkt, der dich in den Kontakt bringt? Ja, ja. Ich finde es auch krass, dass es überhaupt radikale Ehrlichkeit heißt, weil es ist eigentlich viel radikaler zu lügen. Weißt du was ich meine? Es ist so, ja, Moment mal, seit wann ist denn einfach nur zu sagen, was ist oder was abgeht? Warum ist das plötzlich radikal und warum ist Lügen nicht eigentlich viel radikaler? Weißt du? Ja, ja. Ich meine, jemanden anzulügen, das ist ja viel verdrehter und viel komischer und viel radikaler eigentlich. Ja, ich denke da oft drüber nach, weil relativ oft in meinen Workshops kommen Menschen halt und sagen, aber guck mal, ich kann doch nicht einfach so jemandem die Wahrheit sagen. Dann sage ich, ja okay, aber du hast auch nie zugestimmt, dass sich alle anlügen. So, da scheint eine Idee zu sein, dass um die Wahrheit zu sagen, brauchst du Konsens, um zu lügen, ist vollkommen okay. Ah, ja. Aber dem hab ich halt auch nie zugestimmt. Ja, stimmt. Also, ich hab's lieber, wenn mir Menschen wirklich sagen, was abgeht, weil das dann halt nicht mehr so, weil es dann halt relativ schnell sich ändert, als wenn jeder versucht, so sich zusammenzureißen und ich weiß, da geht einiges unter der Oberfläche ab, was nicht rauskommt, was aber dann irgendwie den Kontakt komisch macht. Ein Argument ist ja dann voll oft, dass Leute sagen, ja, ich will nicht radikal ehrlich sein, weil das könnte den anderen verletzen oder meine Wahrheit ist zu viel für den und oft ist es dann auch eigentlich nur, dass es nicht, dass die Angst haben, den anderen zu verletzen, sondern dass sie Angst haben von der Reaktion des anderen. Ja, wovor du eigentlich Angst hast, ist vor deinen eigenen Gefühlen, weil du sagst ja was und die Reaktion erlebst du ja auch nur durch dich. Das heißt, die meisten Leute wollen ihre eigenen unangenehmen Gefühle nicht spüren. Und wenn ich sage, ich will dich nicht verletzen, wenn ich die Wahrheit sage, mich verletzt du mehr, wenn du ein Jahr schlecht über mich denkst, mich nicht mehr zurückrufst, schlecht über mich redest, das verletzt mich mehr, als wenn du mir einmal sagst, du bist ein Idiot, ich mag das und das nicht. Okay, und dann eine Minute später umarmen wir uns so. Also klar, du kannst durch die Wahrheit sagen, das ist nicht immer so fluffy und alles ist voll nur nice, aber das bleibt dann nicht so lange, wie wenn ich halt was habe mit dir, das aber nicht sage. Das ist halt viel verletzender, auf niedrigeren Niveau, aber über eine ganz lange Zeit. Und das finde ich halt persönlich nicht gut. Ja. Ich finde es witzig. Ich denke mir manchmal, während ich so ein Gespräch habe, so besonders in diesem Podcast, ich stelle mir immer wieder vor, dass sich Leute denken so, ey, was für krasse Themen hat dieser Typ eigentlich? Was für ein absolut verlorener Honk ist das? Dass er sich über solche Sachen Gedanken machen muss und austauschen muss. So ist das nicht das Normalste der Welt eigentlich? Denke ich mir oft so. Du meinst? Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich über sowas rede, so ehrlich sein und solche Sachen, dass dann oft Leute sich das angucken und denken so, ey Junge, was ist eigentlich dein Problem, Alter? So, weißt du, was ich meine? Dass das so komplett fernab für viele ist, dass sie das überhaupt nicht verstehen können. Weil ich weiß noch, als ich mal auf Radical Honesty Workshops gegangen bin und ich habe das mal jemandem erzählt, damals, meinen damaligen Mitbewohnern, so vor vielen Jahren irgendwie, 2014 oder so und die so, und die haben mich einfach nur angeguckt, die haben gesagt, so, die waren halt, die waren aus Amerika, die so, so you need a workshop, to be honest. Weißt du, die haben mich angeguckt, so, du brauchst einen Workshop, um ehrlich zu sein, so nach dem Motto, weißt du, als wäre ich so voll der Honk. Ja. Ja, also ich mache mir am meisten Sorgen bei den Leuten, die sagen, ich bin ohnehin schon ehrlich. Also ich sage von mir selber, ich bin nicht ehrlich. Ich merke den halben Tag und mehr, wie ich so tue als ob, wie ich vorgebe. Wenn jemand sagt, ich brauche das nicht oder ich bin immer ehrlich, dann ist wieder der Punkt, dass wenn du halt nur deine Meinung direkt raussagst, heißt das nicht, dass du auf einer tieferen Ebene ehrlich und in Kontakt bist. Ja. Das heißt nicht nur, weil du deine Meinung mitteilst, dass du wirklich verletzlich in Kontakt gehst, Gefühle zulässt und halt auch mal nicht recht haben musst und einfach wirklich so mit Sachen, bei Radical Ownesty geht es ja für mich darum, zulassen zu können, was gerade da ist, ohne unnötig Kontrolle ausüben zu müssen. Ja. Und viele Leute denken, ich bin immer ehrlich. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich kenne niemanden, der immer ehrlich ist. Ich bin garantiert nicht immer ehrlich. Ja. Ja. Ja, ich auch nicht. Nee. Also ich wollte dich schon den ganzen Podcast über beleidigen zum Beispiel und hab's auch zurückgehalten. Ja. Ja, wie kann man dann, ich frage mich, wie kann man dann jetzt jemanden, der noch nie Berührungspunkte mit sowas hat oder besonders, oder nennen wir mal so einen Prototyp-Nerd, so ein schüchterner, verschüchternder Typ am besten, der panische Angst hat vor Frauen am besten noch, weißt du, so dieser Prototyp, das was wir vielleicht mal waren mit, keine Ahnung, 20. Was wir mal waren mit 34. Was ich mal war mit in zwei Jahren. Nee, nee, aber, nee, was wir, was wir, ja, oder was glaube ich, also ich weiß auf jeden Fall, ich war früher so ein absoluter Schisser einfach, ne, ich war, auch wenn ich immer irgendwie, manchmal so, so ein bisschen Erfolg hatte bei Mädels, einfach, weil ich irgendwie eine, trotzdem eine große Klappe hatte und meine Fresse ganz süß ist oder so, aber insgesamt, da, da ging jetzt nicht so viel, ne, und, äh, ich muss sagen, ich hab richtig, für mich war das so ein Kampf und so ein Struggle, der Typ zu werden, der ich jetzt bin und ich kämpfe immer noch um Struggle, immer noch vor rum, aber auf einem ganz anderen Level so, mittlerweile ist das alles viel entspannter, aber ey, wenn ich, wenn ich mir gucke, was ich mein Leben lang gemacht habe, ich hab, ich hab Pick-Up gemacht, ich hab Radical Honesty gemacht, ich hab Meditation gelernt, dann hab ich Traumatherapie gemacht, Kundalini-Yoga, dann hab ich in irgendwelchen Retreats im Dschungel, stand ich irgendwie da und hab irgendwelche krassen Zuckungen und irgendeinen Scheiß gemacht, dann hatte ich irgendwelche Behandlungen gemacht, wo ich, und irgendwelche Exorzismen hatte und so, ich denk mir so, ah ja, ich hab das Gefühl, so mein Leben bis jetzt war einfach nur so, einfach nur so, so eine krasse Schadensbegrenzung teilweise. Vielleicht hattest du einfach Jura studieren sollen. Ja man, fuck Digga, ich glaub, das wär vielleicht echt, das hat mir vieles erspart wahrscheinlich, ne. Und ich glaub halt, wir können, klar, wir können uns unseren Pfad halt auch nicht aussuchen, ne. Also die Sachen, mit denen du dich beschäftigst, die sind halt, was du hast in diesem Leben, ich hab meinen Shit in diesem Leben und das, das ist halt so, ja. Echt? Das ist, das ist, finde ich, so eine absolute Kernfrage, so, kann man sich seinen Pfad wirklich nicht aussuchen? Also ich mein, das, das bringt einen wieder zu dieser, krass, ich würde da jetzt nicht zu ewig tief reingehen, weil es da wieder sehr philosophisch wird, aber ich mein, es ist, also ich mein, wir haben ja schon die, eine gewisse Art und Weise von, Kontrolle auch irgendwie, ich kann mich ja entscheiden, okay, ich kann mich jetzt entscheiden, gehe ich heute Abend nach Hause oder gehe ich heute Abend feiern? Mache ich diesen Podcast mit dir oder sage ich, boah ne, ich hab voll Schiss, was andere von mir denken, wenn ich einen Podcast mach, also man kann ja schon irgendwie immer wieder auch entscheiden, oder? Das ist eine gute Frage, die Frage ist, wo kommt, da können wir jetzt echt tief einsteigen, ich habe auch Angst, dass wir jetzt sehr philosophisch werden, wer entscheidet das, wo kommt das schon her? Aber ich, ja. Vielleicht, vielleicht um es mal irgendwie auf eine praktischere Ebene kurz zu bringen, ich glaube am Ende des Tages ist es, wie du sagst, jeder hat so ein bisschen seinen vorgezeichneten Weg. Da glaube ich fest dran. Jeder hat so eine Art, wie so ein Schicksal, ich glaube jeder hat auch einen Bauplan, so, weißt du, jeder hat bestimmte Interessen, bestimmte Sachen, wo es ihn hinzieht, bestimmte sehr Charaktereigenschaften, die ihn für gewisse Sachen prädestinieren, ja, und im Wort prädestinieren steckt ja schon drin, dass man, dass da wie so eine Art Schicksal schon drin steckt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wir haben nur die Wahl, folgen wir dem und haben wir die Eier, unser Schicksal anzunehmen und das zu verfolgen und zu sagen, weißt du was, ich gehe diesen Weg oder versuchen wir einfach krampfhaft die ganze Zeit unserem Schicksal zu entfliehen. Ich glaube, das sind so die zwei Optionen, die wir vielleicht haben. Also die Wahlfreiheit liegt ein bisschen darin, gehe ich den vorgezeichneten Weg oder versuche ich komplett mein Ding irgendwie durchzudrücken? Du, das ist wirklich sehr interessant. Also ich könnte mich reindenken und sagen, wir haben gar keinen freien Willen, also so im Sinne von ich als die Person, ja, weil ich bin ja nicht, also ich als der Marvin Schulz, ich, mit der ich heute denke zu sein, habe mir ja nicht ausgesucht, wo ich geboren werde, welche Sprache ich lernen werde, was meine ersten Erfahrungen sind, die ja alle prägen, die Vergangenheit, wie ich jetzt in der Gegenwart reagiere, habe ich mir ja nicht ausgesucht. Auch die Gedanken, wann die kommen, habe ich mir nicht ausgesucht. Kannst aber sagen, ich glaube da schon dran, wir kommen ja nicht als ungeschriebenes Blatt auf die Welt. Ich glaube schon, dass es Sachen gibt, wie vorheriges Karma, also ich glaube da zumindest dran, ich würde da niemanden von überzeugen. Aber dann ist für mich halt die Frage, okay, wie kann ich denn diese ganzen Sachen, die abgehen auf der persönlichen Ebene, dass es nicht das Einzige ist, dass da halt wie gesagt diese Herzebene, Liebesebene dahinter ist, dass ich die mehr kultiviere. Da passiert Shit, ich habe auch noch Sachen, die ich nochmal durchleben muss, vielleicht, vielleicht muss nochmal was Krasses passieren, aber trotzdem kann ich ja immer wieder dabei den Ort so weiter festigen, der halt nicht nur davon abhängig ist, was mir auf dieser weltlichen Ebene zugeschoben wird. Und da mag ich halt wieder Radical Honesty, weil ich mir damit halt helfen kann, erstmal eine Distanz einzubauen, zwischen so wahrnehmen und super involviert sein in meinen Charakter. Also so Radical Honesty ist wie, ich baue eine Pause ein, dass ich mehr Zeit habe, ich finde auch nur eine Sekunde zum mehr wahrnehmen und nicht sofort reaktiv in alles einsteige. Und wie wird diese Pause geschaffen? Inwiefern? Was ist die genaue, was wird gemacht? Ich meine, ich weiß es aber vielleicht für die Leute, die gerade zuhören, was ist das, was dann gemacht wird, um diese Pause zu schaffen bei Radical Honesty? Einfach das benennen von dem, was gerade in einem abgeht, was einem durch den Kopf geht, was man gerade fühlt? Es geht halt darum, irgendwie zu checken, so dass, klar, du hast deine Gedanken, du hast deine Emotionen, du hast deine Körperempfindungen, du hast auch deine Sinne, aber es gibt ja doch was, was das alles wahrnimmt. Es gibt ja den so, du kannst es nennen, weiß ich nicht, wahrnehmenden, beobachten, keine Ahnung, aber so erstmal stärken wir halt so diese Position, dass du erstmal nur wahrnehmen kannst, so da sind Gedanken, aber ich muss halt nicht, wie ein Bekloppter, hinter jedem Gedanken herrennen und auf jeden Gedanken aufspringen, wie jetzt, wenn ich den Zug verpassen würde und bis zur Endstation durchfahren, so da gibt es ja schon eine Instanz, die halt weiß, okay, ich kann beobachten und wie wir da mehr hinkommen durch Radical Honesty ist, indem wir mal Dinge sagen, die wir sonst nicht sagen würden, im Kontakt, so die Dinge, die halt viel Saft ziehen, die richtig viel Energie ziehen, so Dinge, die, oder bestimmte Sachen, wenn ich immer unbedingt cool rüberkommen will, dann einfach mal sagen, ich will cool sein. So, weil, das ist halt richtig, genau, also stell dir vor, du gehst in eine Bar und du willst wirklich, hab ich natürlich niemals gemacht, ne, hab ich nie Probleme gehabt mit Frauen, gar nicht, nein, gar nicht. Machen nur uncoole Typen haben sowas. Du gehst irgendwo hin und sagst, ich will, und du siehst jemanden, du möchtest die Person gerne beeindrucken und du planst für 10 Minuten, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen und du strengst dich richtig, richtig heftig an? Ja. Oder du gehst hin und sagst, ich hab voll Angst, mein Herz schlägt und ich will dich beeindrucken. So, dann kommt eine Pause rein. Ja. Die ist vielleicht nicht lang, aber da hast du ein bisschen, aber da ist dann eine Pause. Ich wollte gerade sagen, die Pause, die dann kreiert wird, die musst du dann danach noch übertünchen mit noch heftigeren Beeindrucken. Ja, noch heftiger. Ja. Mhm. Ich find, ich krieg immer, ich werd immer so aufgeregt, wenn, allein nur mir dieses Beispiel vorzustellen. Ja. Also ich bin schon aufgeregt, wenn ich mir vorstelle, okay, ich will Leute beeindrucken und ich will cool vor denen sein oder so und mich dann einfach hinzustellen und dann sozusagen, ja, ganz ehrlich, ich will einfach nur cool vor euch sein und ich will einfach nur, dass ihr mich cool findet und ich fühl mich gerade nicht cool. Allein das zu sagen, da krieg ich schon so gute Laune, das ist schon so befreiend. Ja, ja. Aber vor allem ist es befreiend aus der sicheren Distanz, wenn wir hier darüber philosophieren. Das in dem Moment zu machen, ist krass so. Ich hab das auch schon gemacht und ich merke dann, dann fängt dein Herz an zu klopfen und so und du bist so total, also ich merke, ich komm dann auch ein bisschen in so ein Fight or Flight rein. Ja, voll. Ja, ja. Und das ist, also das ist gar nicht so ohne, da steckt echt ultra viel Energie drin. Das ist genau das Ding, da steckt nämlich Energie drin. Mhm. Ja, das ist nämlich das Ding. So und relativ oft, ich mach das auch heute noch und ich hab's so krass gemacht. Ich war früher, ich war Wirtschaftsprüfungsmitarbeiter mit schwarzem Anzug und sowas. Weißt du, wie viel Energie ich gemanagt habe, um das Bild rüber zu bringen, dass ich wirklich, wirklich interessiert bin, dass ich aber wirklich, nein, nein, ich mein's, ich bin wirklich interessiert an den Zahlen. Ich mach das wirklich gerne. Ich bin wirklich Wirtschaftsprüfungsenthusiast. Ja. Und im Hintergrund ist halt die Stimme so laut, die sagen, was, bist du bescheuert? Nein, nein, ich bin aber der Enthusiaste. Das braucht halt richtig krass viel Energie, wenn du ein Idealbild aufbauen willst, was nicht passt. Ja. Entweder im Sinne vom Beruf oder auch im Hier und Jetzt so, wenn du halt traurig bist und du willst so tun, als ob es nicht so wäre. Ja. Dann brauchst du ja immer Energie, um dich, ne, und die ist halt dann nicht mehr für coolere Sachen zur Verfügung. Ja. So wie dein Schicksal nachgehen, so wie wir gerade bei dem Thema waren. Ja. Da frag ich mich aber, es gibt ja total viel und ich sehe das auf der einen Seite sehr unterstützend und auf der anderen Seite aber auch sehr kritisch. Früher habe ich es komplett abgelehnt und es gibt ja diese Sachen wie, ähm, dieses positive Selbstbild aufbauen, zum Beispiel, ne. Stichwort Psychokybernetik von Maxwell Maltz. Ich glaube, wir haben das Buch beide gelesen, wir haben uns da mal drüber unterhalten, früher. Ich habe es mal gehört in Südafrika als Audiobuch. Ach, tatsächlich, okay. Und es gibt ja auch Joe Dispenza, Selbstbildmeditation. Also ganz viele Leute sagen zum Beispiel, okay, du kannst die Persönlichkeit, die du bist, ja, äh, kannst du auch umprogrammieren, wenn du sagst, du hast zum Beispiel gewisse Persönlichkeitsanteile oder gewisse, ein Selbstbild, was dir nicht in allen Bereichen dienlich ist, ja. Also zum Beispiel, ich habe das Selbstbild, ich bin ein sehr guter Comedian, das ist mein Selbstbild, so, ich kann gut reden, ja, ich habe auch das Selbstbild, ich bin super beschissen in handwerklichen Sachen, ja, also ich bin extrem schlecht in handwerklichen Sachen, das ist so meine Überzeugung, ich bin schlecht in Mathe, ja, das sind so Sachen, die ich über mich denke und die ich natürlich auch immer bestätigt kriege und letzten Endes ist halt die Frage, okay, wenn ich jetzt versuche, gegen meine, gegen gewisse Überzeugungen oder gegen gewisse Glaubenssätze, die ich habe, die weg zu programmieren, versuche ich da schon wieder quasi auf einer, versuche ich da schon wieder was zu vermeiden, weißt du, was ich meine, versuche ich da schon wieder, wie du es vorher gesagt hast, ähm, quasi mein Schicksal auszuweichen oder gibt es wirklich diese Wahlfreiheit, dass man sagt, weißt du, ich kann mir meine Persönlichkeit so ein bisschen gestalten, wie sie mir gefällt, ich kann so ein bisschen rumprogrammieren, wie ich will. Das kann sein, aber für mich wäre es noch wichtiger, dahinter zu gehen, weil eine Persönlichkeit, Charakter ist eigentlich immer limitierend, weil eine vorgefertigte Persönlichkeit ist immer schon eine Art und Weise, wie ich die Welt sehe und ich glaube, klar, ich denke schon, dass es helfen kann als eine Zwischenstufe, ja, wenn du halt wirklich kommst und du bist wirklich abgefuckt und dein Leben war wirklich nicht gut und du, ja, dann, klar, dann find Stützräder und schau erst mal, dass du vielleicht in den Spiegel guckst und dass du nicht nur Scheiße über dich denkst. Ja, aber am Ende des Tages ist für mich so die Arbeit, ist nochmal dahinter zu gehen, dass das, wie, was ich mir von mir erzähle, eigentlich gar nicht so wichtig ist. Also quasi eine Position hinter diesem ganzen Ding, hinter diesem Konstrukt Marvin Schulz, hinter diesem Konstrukt Nikolai Binner, dass es so sieht, okay, scheißegal, was ich über mich denke, scheißegal, was ich gerade in meinem Körper fühle, ich bin das alles nicht, sehe ich das richtig? Klar, du bist es doch und auch nicht so. Aber ich will halt nicht auf der Persönlichkeitsebene stehen bleiben, sodass ich halt nur versuche, mein Selbstbild zu polieren oder mir einzureden, ja, ich bin doch gut in Mathe. Aber das wäre der Zweck davon. Ja, also ich meine, angenommen, du hast einen limitierenden Glaubenssatz und du sagst, okay, ich bin schlecht da und da drin, aber du willst da gut drin sein, dann wäre es ja schon cool, die Möglichkeit zu haben, gewisse Charaktereigenschaften, wo du das Gefühl hast, die behindern dich, dass du die in irgendeiner Form überschreiben kannst mit einem neuen Programm, was dir dienlich ist. Solange du dich nicht darin verlierst und nicht denkst, dass du das brauchst, um endlich ein liebevoller, wertvoller Mensch zu sein, ist gut, aus Spaß. Die Problematik ist halt, wenn ich oft ein paar Leute sehe, die halt sehr viel von diesen Umprogrammierungssachen machen, dass die halt sehr hart auf der Verstandesebene hängenbleiben, in den Kontrollebenen hängenbleiben. Ah ja. Ja. Und was ich halt cool finde bei solchen Sachen auch mit, ich habe halt auch den Glaubenssatz, ich bin richtig scheiße mit Handwerk und ich denke daran, wie mein Vater damals, ich wollte, wir wollten den Fernseher sauber machen und ich wollte, der meinte, er muss reinpusten und will den Staub weg. Und ich muss reinpusten, du aber nicht, weil du spuckst dann da rein. Ah. Und halt, ich habe ein paar solche Sachen, wo ich gehört habe, dass ich einfach scheiße bin. Ja. Und für mich, anstatt mich zu überreden, ja das ist nicht so, ist für mich geil mal auch den Schmerz zu spüren, der dahinter steckt und so den Schock, so dass jemand mir den Schraubenzieher aus der Hand nimmt. Mhm. So und dann mal gucken, okay wie fühle ich mich, was ist da noch dabei und ist das wirklich alles so wahr? Mhm. Also. Also du meinst, hinter jedem limitierenden Ding, Glaubenssatz ist immer auch irgendwie so ein gewisser Schmerz oder irgendeine, so eine, so eine verkrampfte Erfahrung, die man auch wieder lösen kann. Ich denke schon. Ah. Also Schule an sich ist halt eine, eine sehr krasse Anhäufung an krampfhaften Erfahrungen, vor allem, vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen, im Mathematikunterricht. Und da ist halt wirklich mal so gucken, wie habe ich mich eigentlich da gefühlt, so was war da los in meinem Leben, was war da, ja, krass. Ja. Ja. Und manchmal, und manchmal, wenn ich, und manchmal denke ich mir auch so, ey, weißt du was, ich würde gerne am liebsten all diesen Scheiß, das ist so witzig, all diesen, all diese, all dieses, okay, oh, wo kommt der und der Schmerz her, wo kommt dieser Glaubenssatz her. Manchmal würde ich das am liebsten einfach auf alles einfach scheißen und einfach nur cool damit sein, wie es ist und wie es war und einfach nur so zu sagen, weißt du was, ich bin der Typ, der ich bin easy. Ja, warum machst du das nicht? Bro, weil ich nicht gut genug bin, so wie ich bin, Alter. Ich könnte das erste den Glaubenssatz auflösen, dass du das nicht machen darfst jetzt. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist es wirklich das, da ist in mir, das ist so krass, ich merke das so heftig, da ist in mir, ein Nörgler, der immer, fast immer eigentlich unzufrieden ist mit der Person, die ich bin und mit dem, das ist so heftig, wenn ich darüber nachdenke, wie krank das eigentlich ist, dass auch immer, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass der, dass der jetzige Augenblick etwas ist, was ich überkommen muss. Weißt du, was ich meine? Wow. Um irgendwo hin zu können, um Ende, Bro, ist so krank, oder? Da kriegt man so, und das ist ein bisschen wie Matheunterricht. Das ist ein bisschen wie Matheunterricht. Ich schade, ich habe das Gefühl, ich bin seit 30 Jahren im Matheunterricht, Alter. Wie als hätte der Matheunterricht nie noch, also er hat auch nie angefangen, weil er war schon immer, weißt du, was ich meine? Der Matheunterricht war so meine erste Seinserfahrung und bis heute bin ich immer wieder im Matheunterricht und ich habe manchmal hier und da 15 Minuten Pause, aber dann klingelt wieder die Glocke. Aber mal Spaß beiseite, weißt du, was mir oft noch heute passiert? Einer meiner wiederkehrenden Träume ist, dass ich träume, ich habe meine Finanzmatheprüfung nicht geschafft und ich wache auf und für 10 Minuten, glaube ich, da weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich habe wiederkehrende Träume, wie ich Mathe- und Physikbezogene Prüfung nicht geschafft habe und dann schenke ich auch nicht, wie ich es eigentlich geschafft habe. Ey, ich fühle das so krass. Ich habe schon ein paar Mal echt nachts panisch aufgewacht bin und ich dachte, ich hätte mein Fachabit nicht gepackt und so. Aber da siehst du ja mal, wenn wir da heute noch von Träumen, was da für ein krasses Management und für Energie reingegangen ist damals, sodass das heute noch sich in Träumen wieder meldet. Wie lange war ich nicht in der Schule? 70, ich habe zwar studiert, aber ich war jetzt mindestens 10 Jahre nicht mehr in irgendeinem Schul-Uni-Gebäude oder so. Trotzdem noch. Ja. Ja, ja. Ja, es hängt nach. Ja, die Lösung ist, die Lösung ist einfach so, das alles zu lösen. Du musst es auflösen. Du musst es erst lösen oder du musst Mathe studieren. Du musst es halt überkommen. Genau, richtig. Du musst deinen Krampf überkommen, indem du maximal in deinen Krampf reingehst. Du musst noch mehr krampfen, um den Krampf loszuwerden. Richtig. Ja, du musst einfach quasi 24-7 und einfach so durch dein Leben gehen. Ja. Bis du einfach erschöpft zusammenbrichst, so Burnout-mäßig. Und dann öffnet sich... Ich hatte das ja. Habe ich das mal erzählt. Ja. Ich war, da habe ich in Südafrika gearbeitet und ich dachte, weil ich war sehr unzufrieden, aber ich dachte nicht, dass das im Inneren ist, was sich lösen kann. Ich dachte, im Außen. Ich dachte, der Job und die Location stimmen noch nicht. Ich muss doch nochmal. Ich dachte, ich müsste echt nochmal nach New York City zurück mit einem anderen Job. und dann habe ich meinen guten Job in Südafrika gekündigt, habe einen neuen in New York gefunden, war bei meinen Eltern auf der Zwischenstation und habe dann, wenn ich zusammengebrochen lag, auf dem Boden, konnte meine Beine nicht bewegen. Weil ich wirklich so gegen den, der ganze Körper von mir war so, nein, 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 kein Management mehr. Aber ich dachte wirklich, ja, Verstand über Körper, ja, ich muss den Körper, der muss machen, was ich will. Ja, nein. Mit 26, komplett so bewegungsunfähig auf dem Boden liegen. Ist nicht so cool. Oh shit, ja. ist nicht. Wie lange ist das her? Zwei, drei Tage, ne? Warte mal, wann haben wir den Podcast angebracht? Ja. Ja, ja. Oh krass, Mann, ja. 26, ersten Burnout. Ja. Aber ja, hat dir im Endeffekt geholfen, oder? Hat mir als Wachrüttelung geholfen, weil ich die Erfahrung halt, das war so ein Wachmoment, dass ich gemerkt habe, okay, so, ich hab teilweise vergessen, dass ich einen Körper hatte. Ich hab in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und ich komm nach Hause und ich steh vor dem Spiegel, ich hatte da ein einziges Tattoo hier und ich seh das und ich erschrecke mich. So, ich erkörper. Echt? Ja, ja, ich war nur im Verstand, so in den Gedanken, ja, ja. Und das war dann halt so der Wachruf, wow, man, du musst aufpassen, so, sonst, ne? Ich glaub, das ist das, ich glaub, das ist so das Absolute in dieser ganzen, auf diesem ganzen Globus, glaub ich, und hier vielleicht viel, viel, viel mehr als jetzt in Südamerika oder in Afrika oder so, weil da sind die noch viel mehr am Körper halt, ne? Aber vor allen Dingen so in dieser europäischen, westlichen Hemisphäre, dieses einfach so krass aus, man wird so krass aus seinem Körper rausgefickt, indem man, ja, ist doch so, Digga, du gehst, du wirst in diese Schule gekommen, gell, dann ist einfach Matheunterricht, ne? Und du darfst nicht, so, guck mal, dein Körper hat so das Gefühl, ey, ich würd am liebsten einfach nur mal so rausgehen, da sind die Vögel so, du guckst aus dem Fenster, ne? Irgendwie. Ja. Und du, 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 keine Ahnung, du hast einfach nur Lust, dich zu bewegen, ja, und zu leben. Ja. Aber du musst, du weißt genau, du musst jetzt sechs Stunden heute noch oder sieben Stunden hier sein. Ja, ist krass, ja. Und dir irgendeine Gülle in deinen Kopf reinpressen, auf die du nicht mal Bock hast, ja? Also, wie du dazu gebracht wirst, es trotzdem zu machen, ist über Zwang. Ja, ja. Und das heißt, du musst dich ja komplett aus deinem Körper rausdissoziieren, weil sonst kannst du das ja gar nicht aushalten. Du musst ja deinen Körper, du darfst ja deinen Körper gar nicht mehr spüren, ja. Sonst könntest du es ja nicht durchziehen, das geht ja gar nicht anders. Wenn du die ganze Zeit deinen Körper, wenn du die ganze Zeit damit das so richtig fühlen würdest, was da so in dir abgeht, könntest du dich ja jetzt nicht irgendwie auf, ja, so, äh, der Satz des Pythagoras, ey, bro, what the fuck, willst du mich verarschen? Ja. Ich hab grad einen Knoten im Bauch, so. Ja, ja. Also bei mir war es ähnlich. Ich hatte auch eher, also ich hatte auch schöne Erfahrungen in der Schule und ich würde es nicht missen wollen, aber trotzdem dieses so Sitzen und Zwang über den Körper und Unterdrücken, da ist schon einiges passiert. Da bin ich auch sehr interessiert daran zu schauen, so was kann wir denn als Gesellschaft entwickeln, damit es nicht so ist. Klar, damit wir als Kinder, ich glaub schon, dass es vielleicht ganz cool ist, nicht vielleicht, dass es schon wichtig ist, Lesen, Schreiben, ein paar Grundkenntnisse zu lernen und wie kann das gehen, dass es nicht gleichgesetzt ist mit wie Sitzen bewerten, du wirst bewertet, du musst sitzen und wir entscheiden über dich, weil das hat echt immer so das von oben herab und Anspannungsaspekt. Aber vor allen Dingen die Frage ist, wie kann man den Leuten, die schon durch dieses Schulsystem sind und die von ihren Eltern schon, wie kann man da wieder den Weg so ein bisschen in die Kindheit zurückfinden, wie kann man wieder in diesen Kontakt mit dem Körper und dieses ganze Unbeschwerte, wie kommt man da wieder rein? Also ich will sagen, es ist möglich, auf jeden Fall. Und wie man da reinkommt, ich denke, da gibt es viele verschiedene Wege. Ich glaub, es fängt damit an. Ich glaub, man muss sich einfach nur maximal anstrengen. Du musst dich halt richtig anstrengen, um den Weg zu finden. Wenn du dich nicht anstrengst, wie sollst du dann den Weg denn nicht anstrengen? Du musst so ein Self-Development-Burnout entwickeln. Du musst so jedes Buch lesen, jeden Tony-Robbins-Workshop 80 Mal machen, so 40 Mal über Feuer laufen und dir da von 39 Mal die Füße richtig verbrennen, bis du nur noch so dicke, aufgeblusterte Klumpen hast. Und ich glaub, dann bist du irgendwann bereit, dann öffnet sich irgendwas. Ja, das kann sein, ja. Sehr gut. Haben wir es, ja. Ja. Ja, wenn ich an mich zurückdenke, für mich, und ich glaub, deswegen bin ich auch zu Radical Honesty gekommen, war es wirklich so, wie sehr ich alleine war. So, wie oft ich gelitten habe darunter, wie krass ich alleine war mit meinen Emotionen und die mir nicht eingestanden habe und meine Umgebung irgendwie sehr negativ war und ich bin alleine zu Hause und angespannt und keine Hilfe. So, wie kann ich mit Emotionen umgehen? Wie kann ich denn den Verstand, der ja ein super krasses Werkzeug ist, womit wir kreieren können, ja, womit ja jedes krasse Werk kreierten worden ist, wie können wir das nutzen, anstatt dass das zu einer Maschine wird, mit der ich mich halt selber geißel oder klein mache. Das hab ich halt gemacht. Ich hab meinen eigenen Verstand benutzt, um mich selber zu unterdrücken, klein zu machen, nicht zu spüren. Und das ist halt nicht geil. Also fürs Individuum, so wie für mich, ist das nicht geil. Ja, das ist jetzt auch nicht auf meinen Topkern. Ich war echt sehr krass alleine und das war anstrengend. Ja, aber es ist voll geil zu sehen, dass du das da rausgeschafft hast. Ja, du kannst da raus schaffen. Also du kannst da auf jeden Fall rauskommen. Ich mein, du bist ein Typ, ich mein, ich kenn dich jetzt ein paar Jahre, du bist, mit dir kann man feiern, du bist jemand, der auch viel und gerne feiern gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber auf jeden Fall, du hast irgendwie, also mein Eindruck war immer so soliden Sozialkreis, du hast eine coole Beziehung so, du hast es ja irgendwie geschafft. Und das finde ich halt geil, jemanden zu sehen, der diesen, der im Endeffekt auch diese ganze Erfahrung gemacht hat, die eigentlich sehr universell ist, gerade bei uns. Irgendwie wirst du halt irgendwie, du, du, Digga, du wirst halt gefickt, du kommst auf die Welt und wirst gefickt, das passiert halt irgendwie, auf die eine oder andere Art und Weise. Und die Frage ist, juckt dir jetzt dein Leben lang dein Arschloch oder bist du dann irgendwann, heilt es aus? Du hast es geschafft, das ausheilen zu lassen. Und zwar natürlich nicht 100% und irgendwie, es geht immer noch so besser, aber im Endeffekt, du machst auf mich einfach so, seit ich dich kenne, eigentlich schon immer einen sehr soliden, festen, aber im coolen Sinne Eindruck. Und das hast du halt irgendwie gemeistert, meiner Meinung nach. Ja, ich freue mich, dass du das sagst. Ja, ich hatte krass viel Wut im System, viel unterdrückte Wut. Ich glaube, dass so damit zu arbeiten und die aus dem Körper rauszulassen, durch verschiedene Methoden, Wut und Trauer, das ist halt angestaute Emotionen, die halt irgendwie doch eine Auswirkung haben. Das heißt ja nicht, dass nur, weil ich die nicht mir erlaube, sind die weg. Ja, klar. Das war für mich, glaube ich, wirklich wichtig. Und da habe ich mir auch mit dieser ganzen Radical Honesty Arbeit, dass ich mir zugestehe, ich habe, diese Empfindung ist echt und da bin ich noch sauer und da gehe ich in Kontakt mit, da habe ich mir mitgeholfen. Also wirklich mit Emotionen, die feststeckten, dass die nicht dauerhaft feststecken müssen. Was waren die Techniken? Kannst du mir da ein, zwei nennen? Ja, die geheimste Technik. Die geheimste, Ärzte hassen ihn für diesen Trick. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das eine Technik ist. Ich kann es, es war halt ein Prozess so, um wirklich erst mal mir einzugestehen, ich bin, ich habe Trauer. Ja, ich kam halt aus einer ganz krassen, so mit Leuten abgehangen, die krasse Gangster waren mit 18 und so, Scheiße gemacht. Ja, same here. Und du darfst nicht weinen und da und so und so und das mir einzugestehen. Hey Mann, das sind Sachen, die sind menschlich im Körper. Ja, das heißt nicht, dass wir von Emotionen überkommen werden müssen und jede Emotion immer super ernst nehmen und da reaktiv zu Emotionen sind, das heißt das nicht. Aber das Unterdrücken bringt nichts, weil das ist immer Energie. Ja. Und wenn ich Mann bin und mir sage, ich kann nie traurig oder wütend sein, dann weiß ich, dann kannst du auch nicht glücklich sein. Ja. Weil die Emotionen den gleichen Kanal benutzen, ja. Ja. Und für mich war wichtig erstmal zu checken, krass, Emotionen sind universell und ich hab einen ganzen Sack an Shit, auf die ich sauer bin, von meinem Opa auf meinen Vater auf Schule und ich hab halt mit den Menschen, mit denen es ging, wirklich drüber geredet, auch denen das mal gesagt, wie sauer ich bin und das dann im Kontakt mit denen erlebt. Ja. Und das ist für mich halt wirklich eine der Methoden, die braucht ein bisschen Training und Übung, ja damit der Rahmen halt gesetzt werden kann, aber den Menschen in Kontakt zu gehen und zu sagen, ja hier bin ich noch sauer. Das heißt nicht, du bist falsch und ich hab recht oder du mach das nie wieder, sondern ich erlaube mir mit Wut im Kontakt zu sein, um durch den momentanen liebevollen Kontakt das zu transformieren. Mhm. Das ist für mich kraftvoll, auch mit Emotionen, die eher negativ sind, im Kontakt zu sein, die nicht zu vermeiden. Mhm. Ja. Und da am besten die Leute aufsuchen, wo du merkst, da hab ich noch einfach eine Rechnung gefühlt offen. Ja, ja, wenn da wirklich was hängt. Das haucht halt so viel Eier, das find ich so krass. Ich hab das ja auch teilweise gemacht, bin halt echt zu Leuten gegangen, wo ich eine Rechnung offen hatte und bei manchen hat das irgendwie auch ganz gut funktioniert. Die konnten sich darauf einlassen, dass ich denen jetzt echt einfach mal so ein bisschen auch meine Wut entgegenschleudere, um es mal wirklich so zu sagen, weil ich das auch gemacht habe, ohne jetzt zu sagen, so du bist falsch oder so. Weil ich hab halt wirklich auch, ich hab dann halt auch, bin dann richtig laut geworden halt. und ja, manche waren da von super bereit, das zu hören und anzunehmen und manche waren halt so gar, also da war überhaupt keine, da war die Ebene nicht da und ich konnte sie auch nicht schaffen, auch mit meiner ganzen Vorerfahrung. Und das kannst du auch nicht. Aber ich seh es halt so, es ist trotzdem, vielleicht macht es mehr Sinn, dass ich mit, es gibt halt Menschen, mit denen das geht. Ja, ich hab's geschafft mit meinen Eltern, ich dachte nie, dass das geht. Ich hab mit meinem Vater so viele Gespräche geführt, worüber ich sauer bin. und das war auch nicht immer schön, die Beziehung ist erstmal schlechter geworden. Aber jetzt ist die so gut, wie ich nie gedacht hätte, dass ich in diesem Leben mit diesem Vater eine Beziehung führen kann. Ah, ja. Ja, und es gibt auch andere Menschen, mit denen geht das nicht, aber ich find's trotzdem wahrscheinlich eine sinnvollere Art und Weise zu leben, dass ich halt nicht versuche, mich so zu regulieren, dass ich jedem irgendwie gefalle, sondern zu gucken, ey, so bin ich. Ich bin, wenn mich was wirklich stört, dann sag ich's, anstatt es nicht zu machen, nur um nicht anzuecken. Ja. Ja, und es geht ja wirklich nicht darum, dass ich so Wut anderen entgegenschleudere und dann wegrenne. Es geht ja darum, zu versuchen, den bewussten Rahmen zu schaffen, um halt wirklich authentisch im Kontakt zu sein, auch mit Dingen, die ich sonst vermeiden würde. Ja. Ja. Ja, nicht um das immer machen zu müssen, weil ich sonst nicht wertvoll bin, darum geht's nicht. Wenn ich das wieder mache, um mir dann zu erlauben, dann frei zu sein, das bringt nichts. Ja. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem aus der Ich-Bin-Mensch-Erfahrung heraus auch damit im Kontakt sein. Und da hab ich mir halt mitgeholfen, um so diesen krassen Angespanntsein auf körperlicher Ebene loszulassen, ja. Ja. Geil. Ja. Klingt wie ein Weg, der funktioniert. Ja. Und ich mein, ich bin den Weg zum Teil auch, ich weiß nicht, ob ich ihn genau, natürlich nicht genauso wie du, den ich auch in irgendeiner Form gegangen bin. Ja. Und es gibt wenig Sachen, die mein Leben, trotz all dem Bullshit, den ich für mich immer noch irgendwie, wo ich mir denke, Mann, den hätt ich gern anders oder das hätt ich gern nicht so, es gibt wenig Sachen, die mein Leben so bereichert haben, als das zu sagen, was in mir vorgeht, das hat einfach so viel revolutioniert, so viel transformiert. Ja. Ich bin, ich bin mittlerweile beziehungsfähiger, deutlich beziehungsfähiger. Ich, ich kann einfach besonders, gerade als Comedian so, ich brauch das auch, irgendwie die Wahrheit sagen zu können und kann das damit einfließen lassen und das hat einfach, und ich bin auch einfach mehr ich, ich selbst gefühlt. Ich bin einfach mehr der, der ich bin einfach dadurch und allein das ist schon ein Riesengeschenk, selbst wenn ich der, der ich bin, dann immer, immer noch nicht ganz in einigen Teilen akzeptieren kann, aber trotzdem kann ich zumindest der schon mal sein. Weißt du? Ja, ich bin sehr dankbar an unseren Freund Brad. Ich will ihm wirklich an dieser Stelle nochmal Dank aussprechen, weil er wirklich einer der ersten Menschen war, der mich liebevoll, so wie ich bin, akzeptiert hat, mit allen Gefühlen, mit allen Ausdrücken, mit allen Gedanken, der mich trotzdem geliebt hat. Ja. Und wenn du im Internet, du kannst Sachen über ihn finden, du kannst sagen, was du willst, so wie ich ihn kenne, er war immer ein Herzensmensch, der sich um individuelle Menschen kümmert, der aus Liebe heraus gehandelt hat mit Menschen, die bei ihm sind. Ja. Also ich kriege gerade ein krasses Kribbeln, ich mag ihn sehr und ich bin oft traurig, wenn Leute sagen, ja der war so und der hat seine Meinung gesagt, ja macht er und er ist aber ein Herzensmensch. Er hat mir sehr geholfen und viele Menschen, die ich kenne, die ich sehr schätze, hat er sehr geholfen. Ich kann mich erinnern an so einen Schlüsselmoment, das war wie so ein Vatermoment, den ich mit ihm hatte. Ja, hatte ich auch, ja. Ich saß mit ihm irgendwie an dem Tisch und er hat ja immer so abends dann so, wir haben ja oft so Backgamum und gespielt und Whiskey getrunken. Backgamum, gespielt und Whiskey getrunken und irgendwie sag ich so, beschwer ich mich gerade bei ihm wieder über all die Sachen, die mich in meinem Leben abfacken und so irgendwie, es war so 2014 oder so und ich fuck mich ab über verschiedene Dinge und er hört sich das alles an und guckt mich an und er sagt so, er sagt einfach nur so, well Nikolai, that's probably because you're a shitty person and you deserve it. Und ich, das war einfach so, einfach so dieser, ja danke man, das hab ich in dem Moment gebraucht, weißt du, weil es einfach so, er hat es einfach nicht ernst genommen, aber auf eine liebevolle Art und Weise, die ich, die, das war, weißt du, das war dieser, dieser Papa-Moment, den ich, den ich einfach früher in der Form ihn nicht hatte. Und das war krass, das war so, das war wie so, scheiße, das hab ich gebraucht, Alia. Darum geht's halt immer, so Transformation durch liebevolle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und davon haben wir alle zu wenig und das ist, glaub ich, der Grund von allen eher negativen, schlechten Tendenzen, Dingen, die passieren, Trauma, nur was fehlt, ist wirklich Liebe, pure Liebe, Raum, Anerkennung, sagen, hey, du bist hier und das ist alles ernst und auch nicht so ernst und, ne, ja. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt seine Arbeit machen kann, dass ich jetzt Radical Honesty Workshops mache, um genau diesen Raum, zwar mit meinen eigenen Scherzen und Sachen, die ich halt anders kenne, aber trotzdem ihm treu zu bleiben, dass ich den Raum kreiere, wo es eigentlich darum geht, das ist ein Raum der Liebe, das ist bei Radical Honesty oft nicht klar, dass du bist akzeptiert und du kannst Sachen sagen und, ja, es ist wirklich, es geht darum, die Blockaden auszuräumen, mit denen du dich klein machst, aus dem Kontakt hältst und dir einredest, dass du keine Liebe verdienst. Ja, und da die Räume zu kreieren, wo wir halt es schaffen, ins Fühlen zu kommen, in Kontakt zu kommen und wieder die Kapazität zu entwickeln, ja, präsenter, liebevoller zu sein in dieser Welt, darum geht's mir, ja. Das ist auch meine Werbung übrigens. Ich wollte gerade sagen, das klang gerade wie das absolut geniale Marketing und das perfekte Schlusswort fast schon für, also da konnte ich gerade auch einfach nur so voll den Punkt da hintersetzen, Alter. Brathahn. Brathahn. Ach, Brathähnchen. Ja. Geil, hey Mann. Hast du ein veganes Brathähnchen da? Bro, safe, ich hab so ein richtig geiles Substitut aus verschiedenen Chemikalien. Cool, ja, Chemikalien. Ja, Hauptsache vegan. Hauptsache. Ja, geil, Digga. Ja, Mann. Ja, Mann. Geil, cool. Danke, dass du da warst, Alter. Ja, danke für die Einladung. Ich danke dir. Dann noch eine Frage, kann man sich irgendwie irgendwo finden, kontaktieren, Workshops, irgendwas? Kann man, ja. Wie? Ich hab eine Internetseite. Ah, wie heißen die? www.marvinschulz.com .com .com Da gibt's auch ein Newsletter, kannst dich eintragen, schreib im Moment sehr unregelmäßig, weil ich nicht so viele Sachen wichtig finde zum Schreiben und ich keinen Bock hab auf, oh, komm, noch hier und das noch und du musst noch kommen, ich schreib, wenn ich wirklich was zu schreiben habe. Ja. Weil wenn du ab und zu was von mir lesen willst oder hören willst oder Videos haben willst, dann marvinschulz.com Newsletter. Cool. Alrighty. Cool. In diesem Sinne, Marvin Schulz und wieder die klassische Abmoderation. Wenn du willst, dass wir diesen Podcast weitermachen können, würden wir uns riesig über eine finanzielle Unterstützung an Ovalmedia freuen. Wie du das machen kannst, das blenden wir jetzt wieder hier ein. Du kannst per Paypal unterstützen, du kannst aber auch Banküberweisungen machen, ist alles möglich. Wir nehmen auch Bargeld. Wir nehmen Brathähnchen. Wir nehmen Brathähnchen. Wir nehmen Brathähnchen und alle veganen Alternativen auch. Und wir nehmen auch, ja, was nehmen wir noch? Sexuelle Angebote. Alles mögliche. Hauptsache der Podcast kann weiterlaufen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020